In manchen Fällen kann das Freistellen von Personen oder Objekten relativ einfach sein, beispielsweise wenn wir mit einem einfarbigen Hintergrund arbeiten. Haben wir es aber mit einem komplexeren Hintergrund zu tun und kommen zusätzlich noch erschwerende Details wie beispielsweise in der Luft herumfliegende Haare oder ähnliches hinzu, dann sieht die ganze Sache deutlich schwieriger aus. In diesem Video wollen wir uns anschauen, wie wir am besten vorgehen können, um ein Portrait sauber auszuwählen und vom Hintergrund freistellen zu können. Viel Spaß mit dem Video. Für dieses Tutorial zum Thema Freistellen habe ich hier ein sehr schönes Bild herausgesucht, bei dem wir wirklich einen Hintergrund mit mehreren Variationen drin haben, also einen etwas komplexeren Hintergrund hier mit blauem Himmel, wir haben die Gebäude im Hintergrund, hier die Mauer, ja, also kein einfarbiger, einfacher Hintergrund. Und zusätzlich haben wir natürlich hier diese Frisur von der Frau, die hier so im Wind, sage ich mal, ein bisschen verteilt wird, die ganzen Haare fliegen so ein bisschen herum. Wir haben viele einzelne Haarsträhnen und das sieht natürlich erstmal ziemlich komplex aus, ziemlich schwierig, so etwas freizustellen. Wir wollen uns jetzt eben anschauen, wie wir vorgehen können, um so ein Portrait wirklich sauber freizustellen. Und wir sehen, das Bild ist geöffnet hier im Projekt und wir brauchen dazu natürlich hier links in der Werkzeugleiste unseren Auswahlpinsel, mit dem wollen wir arbeiten. Hier haben wir so eine Pinselspitze, mit der wir unser Objekt auswählen können. Wir wollen etwas hinzufügen zu einer Auswahl, also wir sind im Hinzufügen-Modus. Wir können hier die Pinselbreite einstellen, ja, einfach so groß den Pinsel machen, dass wir eben gut damit arbeiten können. Und ganz wichtig, an Kanten ausrichten wollen wir aktivieren, damit eben automatisch hier Kanten erkannt werden vom Programm. Wenn das gemacht ist, dann starte ich mal hier unten im Bild und wir wollen eben damit anfangen, einfach über die Person drüber zu malen, um diese langsam zu markieren. Also mit gedrückter linker Maustaste können wir hier einfach mal eine grobe erste Auswahl erstellen. Wir sehen, ich mache das wirklich ziemlich grob. Die Feinheiten gehen wir gleich im Anschluss dann nochmal durch. Also wie gesagt, einfach mal überall drüber gehen, alles markieren, was wichtig ist, alles was dazu gehört, auch hier die Haare, alles was wir brauchen, markieren wir einmal. Und genau, das sollte relativ schnell gehen. Wir sehen schon, das passt für den ersten Schritt soweit. Kommen wir jetzt also zu den Details, zu den Nachbesserungen. Und da würde ich mal einfach hier an der Hand starten. Hier unten haben wir die Finger und einen Nagel, der so ein bisschen absteht. Und das ist schon ein bisschen schwieriger, das sauber zu markieren. Natürlich ganz wichtig, wir brauchen hier erstmal einen kleineren Pinsel. Um hier ranzuzoomen, im Übrigen einfach Steuerungstaste gedrückt halten und Mausrad drehen. Und genau, dann mache ich mal den Pinsel hier oben einfach deutlich kleiner. So ungefähr. Und mit diesem kleinen Pinsel können wir dann nochmal schön hier über die Details drüber gehen, über die Finger, über die Fingerspitzen und Fingerkuppen und können eben alles nochmal sauber nachbessern. Hier bei dem Nagel müssen wir sogar nochmal den Pinsel kleiner machen, um da wirklich überall reinzukommen, um alles auswählen zu können. Also man sieht schon, manchmal ist einfach wirklich Detailarbeit gefragt. Für diesen Zwischenraum hier würde ich nochmal in den Subtrahieren-Modus gehen. Also hier oben Subtrahieren auswählen. Und dann können wir hier wieder ein bisschen was von der Auswahl abziehen und eben auch sowas einfach nochmal nachbessern. Wenn wir dann mal hier rüber schauen, dann sehen wir, dass wir hier am Arm so das Problem haben, dass der Hintergrund einen relativ ähnlichen Farbton hat, wie der Schattenbereich von dem Arm hier. Dadurch hebt er sich nicht so gut ab und es ist eben schwierig, diese Kante zu erkennen für Affinity Photo. Dementsprechend, ich gehe mal wieder in den Hinzufügen-Modus, müssen wir einfach versuchen, hier so vorsichtig sauber drüber zu fahren und eben selbst das Ganze zu markieren. Und das ist in diesem Fall eben auch wirklich nicht einfach und wenn man solche Bereiche hat, dann machen wir das eben so, dass wir einfach versuchen, möglichst sauber hier eine gerade Linie zu schaffen. Wir sehen das hier und natürlich, das Ganze sieht trotzdem relativ so gezackt aus, sage ich mal. Wir haben hier so eine gezackte Auswahl, keine schöne gerade Auswahl und deswegen ist es wichtig, dass wir später einfach diese ganze Auswahl so ein bisschen kletten. Das heißt, das werden wir im Nachgang nochmal nachbessern, diese Stelle. Schauen wir uns, wie gesagt, später nochmal an. Wir haben hier jetzt noch so einen Zwischenraum, da gehe ich dann wieder auf Subtrahieren und mit diesem Subtrahieren können wir dann eben diesen Bereich abziehen von der Auswahl. Eventuell natürlich dann auch wieder den Pinsel ein bisschen größer machen, dann geht das ein bisschen schneller. Und genauso können wir dann eben auch solche Bereiche einfach nachbessern. Das passt dann auch hier für diesen Zwischenraum. Und dann kommen wir im Endeffekt auch schon zu dem wahrscheinlich interessantesten Part und das wäre natürlich hier die Frisur der Frau. So, wie gesagt, ich habe ja das Ganze erstmal so ganz grob markiert und jetzt starte ich mal hier an dieser Stelle und ich bin wieder im Subtrahieren drin. Und wie gesagt, ich mache jetzt mal damit weiter, dass ich erstmal alles abziehe, was nicht dazu gehört. Das wäre hier der Bereich. Wichtig für die Haare ist einfach, dass wir alle großen Strähnen, also alle Haarsträhnen, die so ein bisschen dicker sind, dass wir die alle mit markieren. Und diese ganzen einzelnen Haare, die lassen wir mal außen vor und wir werden dann später im Nachgang das Ganze so nachbessern, dass wir eben wirklich versuchen, möglichst viele einzelne Haare noch mitzunehmen in unserer Auswahl. Fürs Erste ist aber wichtig, dass wir eben diese großen leeren Bereiche, dass wir die ausschließen von der Auswahl und eben alles, was so wirklich eins ist, dass das dazu gehört. Wir sehen auch, findet die Foto hat an manchen Stellen schon ganz gut gearbeitet, dass hier so Bereiche ausgeschlossen werden. Das kann man dann auch so lassen. Hier zum Beispiel wäre wieder so eine dickere Haarsträhne. Die würde ich natürlich dann wieder versuchen, so einigermaßen mitzunehmen für die Auswahl. Und genau so kann man das Ganze einfach mal so ein bisschen nachkorrigieren, einfach mal drüber schauen, gucken, wo fehlt was oder wo muss man vielleicht auch was abziehen und einfach die Auswahl händisch hier so ein bisschen nachbessern. Und genau das mache ich jetzt einfach mal hier für die komplette Frisur, gehe hier mal überall drüber. Und ich glaube aber, soweit passt das dann schon ganz gut. Vielleicht hier an dieser Stelle noch ein bisschen was. Genau, dass wir das alles auch noch mitnehmen können. Und damit gefällt das mir aber schon mal ganz gut. So, jetzt haben wir hier also mal so eine grobe Auswahl für die Frisur. Die wollen wir jetzt natürlich korrigieren. Und dazu gehen wir in den Verfeinern-Modus rein. Den finden wir hier oben in der Leiste. Einmal aktivieren, dann öffnet sich hier so ein Fenster mit verschiedenen Einstellreglern. Hier wäre mal Punkt Nummer 1, dass wir die Auswahl ein bisschen glätten wollen. Ich gehe mal hier zurück an die Stelle vom Arm, die wir angesprochen hatten. Wir sehen, die Auswahl, die sieht hier relativ so verpixelt, so gezackt aus. Und diese Stelle wollen wir jetzt glätten. Dazu können wir hier diesen Regler ein bisschen nach rechts ziehen. Ich gebe hier mal so einen Wert von 2 ein ungefähr. Und dann können wir noch die Randschärfe ein bisschen erhöhen. Mache ich auch mal so auf 1 bis 2. Und wenn wir uns jetzt mal diese Stelle anschauen, dann sehen wir, dass die einfach schön glätten ist. Man merkt nicht mehr, dass die Auswahl eigentlich nicht so schön war. Davon ist jetzt nichts mehr zu sehen. Wir vertuschen das sozusagen ein bisschen. Und so kann man eben solche schwierigen Bereiche sehr schön nachbessern. Und dann kommen wir natürlich wieder zu den Haaren. Wir haben jetzt hier sehr viele bläuliche Bereiche. Das sind eben Bereiche vom Himmel, die jetzt mit in der Auswahl drin sind. Und die wollen wir natürlich entfernen. Wir wollen das Ganze loswerden. Und da haben wir jetzt hier im verfeinern Bereich die Möglichkeit, mit einem Pinsel zu arbeiten. Das ist unser Anpassungspinsel. Hier das Ganze sollte auf Hintergrundmaskierung Matte gestellt sein. Wir können hier die Pinselbreite einstellen. Ich mache den mal relativ groß, dass ich hier gleich überall drüber malen kann. Und mit diesem Pinsel können wir jetzt, wie gesagt, über die Haare drüber. Und da können wir einfach folgendermaßen über die Haare drüber malen. Wir sehen das, wie ich das hier jetzt mache. Und zwar versuchen wir, über alle Bereiche drüber zu gehen, die praktisch nachgebessert werden müssen. Das heißt, Bereiche, wo einzelne Haare fehlen, die noch nicht in der Auswahl drin sind. Aber auch Bereiche, wo eben noch etwas abgezogen werden muss. Wie hier dieser Bereich, wo eben der Himmel noch von der Auswahl abgezogen werden muss. Und ich zoome jetzt mal so ein bisschen weiter raus, dass man das gut sehen kann. Und jetzt male ich hier mit meinem Pinsel einfach sozusagen über den Rand der Frisur drüber. Und aber auch über alle Bereiche, wo der Himmel entfernt werden muss. So, dass all diese Bereiche markiert sind. Und ich nehme natürlich auch viele von diesen einzelnen Haaren mit, die so in der Luft herumwirbeln, sage ich mal. Damit die eben auch noch möglichst zur Auswahl hinzugefügt werden können. Ja, und Affinity Photo, das werden wir gleich sehen, wird hier gleich einiges nachbessern. Durch das, was ich hier jetzt eben mit dem Pinsel aufmale. Und genau für diesen Bereich würde ich sagen, passt das Ganze mal. Jetzt lassen wir das Ganze kurz berechnen. Und dann sieht die Auswahl schon mal ganz anders aus, würde ich behaupten. Ja, schon deutlich, deutlich besser. Viele dieser blauen Bereiche wurden entfernt. Natürlich, es gibt auch Bereiche, die sehen noch nicht so optimal raus. Und da können wir jetzt einfach immer wieder so ein bisschen feiner nachbessern. Ja, ich mache den Pinsel jetzt auch einfach mal wieder so ein bisschen kleiner. Und dann können wir natürlich uns anschauen, welche Bereiche nochmal korrigiert werden müssen. Zum Beispiel haben wir hier so einen Zwischenbereich. Da können wir nochmal drüber gehen. Und wenn uns eben Stellen auffallen, zum Beispiel hier können wir das Ganze versuchen, das funktioniert manchmal besser, manchmal schlechter. Und um uns das Ganze jetzt aber auch vor allem nochmal ein bisschen besser anzuzeigen, haben wir hier die Möglichkeit, in diesem verfeinerten Fenster die Vorschau umzustellen. Und zwar würde ich mal hier weißer Hintergrund aktivieren. So sehen wir jetzt nämlich sehr schön, was tatsächlich zur Auswahl dazu gehört. Und da sehen wir, dass einige Bereiche schon richtig, richtig gut aussehen. Zum Beispiel hier links, ja, wirklich ganz fein viele einzelne Haare, die jetzt in unserer Auswahl mit drin sind. Also teilweise schon ein wirklich gutes Ergebnis. Und teilweise müssen wir einfach gucken, dass wir das Ganze nochmal nachbessern. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel hier das Problem, dass das hier so ein bisschen komisch aussieht. Da gehe ich jetzt auch einfach nochmal drüber. Mal schauen, ob wir da das Ganze nochmal verbessern können. Ja, ich würde sagen, das sieht schon gut aus. Also wir können auch jetzt hier einfach mit diesem Pinsel eben über die Bereiche drüber gehen, die uns noch nicht so gut gefallen. An manchen Stellen schimmert eben noch ein bisschen so dieses Blau durch. Und da kann man eben einfach versuchen, indem man da drüber geht, das nochmal so ein bisschen zu entfernen. Natürlich funktioniert das nicht überall perfekt. Aber ich denke, man sieht schon, dass es einigermaßen gut funktioniert. Und dass man dadurch relativ gut einstellen kann, was zur Auswahl dazugehören soll und was nicht. Und wenn wir uns das hier mal gerade am Rand anschauen, dann würde ich schon sagen, haben wir hier ein wirklich tolles Ergebnis mit vielen einzelnen Haaren, viele einzelne Haarsträhnen, die hier in der Auswahl mit drin sind. Und hier kann man dann natürlich probieren, einfach detailliert das Ganze Stück für Stück nachzubessern, über die Bereiche immer wieder drüber zu gehen, die einem noch nicht so gut gefallen. Aber im Endeffekt haben wir hier schon ein wirklich tolles Ergebnis. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass wir hier jetzt ein Extrembeispiel haben mit dieser Frisur. Die meisten Frisuren sind natürlich etwas kompakter. Das heißt, die Haare halten einfach mehr zusammen. Wir haben nicht ganz so viele herumfliegende einzelne Haare. Und in der Regel ist es nochmal deutlich einfacher, sowas freizustellen. Das hier sollte, wie gesagt, wirklich so ein Extrembeispiel sein, um ein bisschen aufzuzeigen, was alles möglich ist. Und genau, wenn wir dann zufrieden sind mit unserer Auswahl, dann können wir das Ganze nämlich hier ausgeben, zum Beispiel in eine neue Ebene oder als Maske. Das wähle ich mal aus, eine Maske für diese Ebene, drücke dann auf Anwenden. Wenn wir uns jetzt das freigestellte Ergebnis einmal anschauen, dann sehen wir, dass hier immer noch so ein leichter blauer Schimmer um die Haare herum zu sehen ist. Und das wäre dann die letzte Anpassung, die wir noch vornehmen wollen. Ja, ich zoome hier nochmal so ein bisschen ran. Da sieht man, dass so ein bisschen blaue Farbe ist da noch vorhanden. Und wir können jetzt einfach mal hier in den Ebenen eine Anpassungsebene hinzufügen. Und zwar nehme ich hier HSL. Und hier ist es jetzt so, dass wir wissen, okay, wir wollen blaue Farbe, wollen wir entfernen aus unserem Bild. Diesen blauen Farbstich. Und da nehmen wir dann einfach den Farbton, der dazu passt. Ich denke hier, dieses Blau, Türkis. Genau, diese Farbe habe ich jetzt ausgewählt. Und ich will für diese Farbe einfach nur die Sättigung rausnehmen. Mehr wollen wir hier gar nicht machen. Ich zoome hier ran, dass wir das jetzt richtig gut beobachten können. Einfach den Sättigungsregler nach links ziehen und dann schauen wir, was passiert bei unserem Bild. Und ich denke, man sieht das sehr schön. Es ist nichts mehr zu sehen von dieser blauen Farbe. Und damit hätten wir im Endeffekt auch das letzte Problem hier behoben. Wir können an dieser Ebene direkt zusammenlegen mit unserem Bild. Einmal hier draufklicken. Dann ist das abgespeichert. Und dann ist das hier unser fertiges Ergebnis. Die Frau samt der Frisur vom Hintergrund freigestellt. Ich zoome hier nochmal ein bisschen rein, dass man das gut sehen kann. Tolles Ergebnis geworden, wie ich finde. Und wir haben jetzt natürlich die Möglichkeit, den Hintergrund zu ersetzen. Ja, momentan haben wir keinen Hintergrund. Wir können jetzt also zum Beispiel hier mal eine neue Ebene einfügen. Die setze ich nach hinten mit meinem Füllungswerkzeug. Stelle ich hier grüne Farbe ein und drücke da mal drauf auf den Hintergrund. Und dann sehen wir, haben wir die Person einfach hier auf einen grünen Hintergrund gesetzt. Genauso können wir die Person jetzt natürlich auch ganz beliebig auf irgendwelche Bilder draufsetzen. Haben also ein wirklich komplexes Motiv sauber freigestellt und können jetzt damit weiterarbeiten. Wie immer hoffe ich, dass die Schritte, die ich hier vorgestellt habe, verständlich erklärt waren. Falls du jetzt noch mehr über Affinity Photo lernen möchtest, dann schau gerne in die Videobeschreibung. Denn da ist wie immer mein kompletter Affinity Fotokurs verlinkt. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald mal wieder hören in einem meiner nächsten Videos.